ich hab mich geschlagen so was haben wir nun schmied und schon so noch stufe 1 ist es war schon stufe 2 ich würde sagen wir brauchen noch mal ein bisschen geld er kommen wir haben jetzt noch mal ein bisschen was in der pfanne ja so schöne pferde rouladen hat noch nie gegessen aber schmeckt bestimmt gut wir haben seine seite so abschneiden so schön in der pfanne ist bestimmt keine schlechte idee natürlich nicht die armen vier die wir auch noch nicht in der pfanne landen so so und sieg sieht ja dann kriegt das viel an dich mal irgendwie ein level ab oder so ich hätte ja gern mal irgendwie das mal gewusst aber naja wenn ich mit dem spiel auskennt also dann echt hut ab nichts sagen so ich würde sagen wir müssen jetzt einmal wieder in den stadt zurück ah ja 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 ich habe einen neuen gegenstand gefunden ach so nee kein neuer aber es war das was ich brauchte so hier friss was so hier kommen pflege die mähne deines pferdes geht das eigentlich jetzt schon irgendwie nicht geht noch einmal schon bei pflege die rufe geht das das macht so viel spaß das macht so viel spaß so klappt sogar macht du scheiße da soll ich da dran sitzen nirgten ist nicht ja mal das eben so bleibt stehen du wirst jetzt hier gebürstet oder wie lange brauchst du mama himmel ja ansonsten bürstest du dich nächstes mal selber geht ja gar nicht immer dieses dreckige fährt ich glaube das nicht naja so 289 gold haben wir jetzt auf der stelle sofort jetzt ja so dann gucken wir ja das ist die schweine hier kannst du zauber drinnen ja 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 hier kommen wird erstmal geabgradet so alles klar und wir hauen jetzt nochmal hier ein bisschen was drinnen also nicht wir hauen jetzt nichts rein aber ja ja lokale pokaltourneer für die stärksten klaren komm schon äh tiago äh ist jetzt um sieben siebter platz aber das hätte man sparen können naja so ähm ja wie lange ist das Vieh jetzt weg 8,30 Sekunden noch okay so ja immer mehr ein bisschen scheiße hier die Zeit zu überbrücken wenn das Pferd gerade unterwegs ist beziehungsweise der Gaul also das Vieh ähm ja aber naja ist ja egal ich bin echt auf eure Reaktion gespannt das ist da freut mich jetzt schon ich glaube das werde ich heute Abend sogar noch hochladen also heute Abend damit meine ich jetzt den äh äh ich noch mal die oder den ja 99 so ja welchen platz hat es jetzt gemacht welchen platz ich muss immer noch level stern soll so also habe ich nicht irgendwie jetzt die Möglichkeit noch einen zweiten Gaul heranzuholen ja gehe in den Shop um einen Fohlen zu kaufen Shop klar ich kaufe mir hier Pferde vom Schwarzmarkt mhm sicher klick auf das Shop Symbol um neue Produkte für dein Pferd zu kaufen jedes Produkt ist einzigartig und steigert die Leistung seines Pferdes versuche passende Produkte für dein Pferd zu finden was steht da die Anmut und Schönheit dieses Pferdes ist einzigartig scheiße 300 die Ahnen dieses Fohlens waren einzigartige Rennpferde die Anmut und Schönheit dieses Pferdes ist einzigartig ähm gut also mit dem neuen Gaulen müssen wir leider noch ein bisschen warten aber das ist ja kein Problem wir schicken das Pferd einfach nochmal auf Missionen so ja du Gaul du darfst nochmal hier ein ähm Rennen machen ähm hier kommt mach 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 ein schwieriges Stück noch ein Teil der Sprung von Thiago äh ja oder wir nächsten Zaun und zu und zweiten Platz natürlich sind es etwas ja in der Nissen so ja okay jetzt ist das Vieh wieder 45 Sekunden unterwegs scheiße ich kann das nicht in die Aufträge reingehen ja gut das Vieh ist auch unterwegs ähm aber das ist ja alles kein Problem ich möchte nur gerne mal wissen wie ich wie kann ich denn das Vieh dann äh ein Level abgeben Level up ich hab keine Ahnung ich glaube soweit wird das hier bei dem Special Elder nicht kommen also oh mein Gott das ist herrlich na du Gaul den Platz hast du gemacht 25 Gold ne war ja nicht so besonders ne so hier komm dann schicken wir dich mal hier Jagd springen im Wald los seh mal zu ja ja es ist sehr interessant ne so jetzt warten wir nochmal ja ja vielleicht wird das bitte bitte langsam vielleicht werde ich das auch so machen dass ich da entweder zwei Parts draus machen also zweimal 30 Minuten oder ich lasse das sogar als ein ganzes Video ich muss mal gucken wie ich das dann schneide aber das ist echt der Horror pur für ein 200 Abonnenten aber hey ich habe Spaß daran ich hoffe ihr auch das ist die Hauptsache hallo na du Gaul 50 Gold na also geht doch so ja ähm Moment warte mal was steht denn hier haben wir irgendwas schon abgehakt nö ist noch nix abgehakt okay ähm ja dann mach das nochmal so wir gehen nochmal eben zurück zum bauernhof 180 gold 300 brauner für das nächste Gaul ich darf wir werden gleich nochmal hier ins Gehege gehen und nochmal so ein bisschen äh ne so ein bisschen hier so wo mit Schmack ist Training ist wichtig besonders für so einen alten Gaul wie oft habe ich jetzt schon Gaul gesagt das ist glaube ich auch schon ein bisschen mehr von der Mission zurückgekehrt juhu nein ich sage nichts wieso muss dieses Vieh jetzt schon wieder krank werden ich habe es gar nicht so den Kopf hängen lassen das geht nicht ja hier sauf werd gesund zack zack ja meine Güte dann kriege ich vielleicht eine Rage so da gingen schon wieder 50 Kröten weg naja komm erstmal zurück in den Stall so jetzt mal los hier nervt doch nicht Bengel oh Turnier im Jagd springen ne was steht da im Jagd springen ja also die Übersetzer die haben wirklich ganz gute Arbeit geleistet also diese Rechtschreibfehler die sind so klasse nun friss und sauf ertränk dich guck mich nie so blöd an mach hier hallo halt aber toll gemacht ach ich bin echt stolz auf dich so hier komm ein bisschen Pflege kriegst du auch noch ich bin ja nicht so hier halt die Schnauze bleib stehen du dummer Gaul Teak ist das äh ein Hengst oder eine Stute diesen Namen kann man ein bisschen schlecht unterordnen oh los werd sauber mach dich clean Stunden später halten Schnabe du machst dich ja so schmutzig warum machst du denn das muckst du noch einmal rum du kommst in eine Pfanne du schön Pferderouladen das hab ich glaube ich schon mal gesagt so Ausdauer 9500 oh das ist schon mal gut Reflex ich glaube Reflex könnten wir noch mal ein bisschen höher bringen wir gehen dann nochmal eben rüber und wollen mal gucken ähm ah Moment ich glaube der Ressortplatz den hatten wir auch noch nicht für dieses Training braucht du Schnelligkeit und dramatische dynamische dramatische es braucht dramatische Reflexe oh yeah baby ja ist unglaublich so was darf ich denn jetzt machen während des Diennes erscheint ja ich weiß so get ready go es gab kein go warum gehst du los oh das macht es aber schön das ist toll ich weiß gar nicht was ich sagen soll das ist eine wundervolle Dressur ich bin echt begeistert ich glaube man kann es an meiner Stimme beziehungsweise an der Art wie ich gerade kommentiere ist es einfach unglaublich für mich das zu kommentieren es ist einfach atemberaubend wie dieses Pferd durch die Dressur geht und das war es auch schon ich bin echt begeistert es war sechs mal perfekt und ich habe 100% ich bin echt begeistert ich weiß gar nicht was ich sagen soll es ist unglaublich boah ne da boah da läuft es mir eisgarten Rücken runter ne also ne ne bech das machen wir nicht nochmal aber was hatten wir jetzt ähm für Reflexe ähm achso scheiße das kann ich hier ein äh hier los ähm ja betreten übertreten ja oh Reflexe 104 wow Ausdauer auch fast auf 100 Intelligenz ach komm wisst ihr was ähm hier friss nochmal eben was ja und hier ertränk dich nochmal eben danke Zucht um dein Pferd zu paaren musst du im Stall sein suche einen Partner nach seinem Namen aus was wenn kein Namen neben dem Herz angezeigt wenn keine Namen neben dem Herz angezeigt werden musst du ein anderes Pferd trainieren damit es ein guter Partner für deinen Rost wird du brauchst einen leeren Verschlag wieso ist das hier so verbuggt ich verschlage für dein neues Fohlen um einen leeren Verschlag zu bekommen musst du das ähm hallo hallo ja danke für die Info es ist toll ich freue mich gerade einen Keks so ähm wo wollte ich ihn jetzt hin genau da wollte ich hin ich wollte nämlich nochmal hier zum äh ne genau hier hin so Jagd springen war jetzt ja hier ist zum Beispiel richtig geschrieben Jagd springen dann versuchen wir jetzt mal springen reiten ja 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 wow erster Platz first for win ja gut also ich weiß jetzt nicht was da jetzt rauskommt jetzt dauert es wieder 45 Sekunden bis das Vieh ankommt ich trinke nochmal ein Stück Cola Prüsterchen ah und diese Gitarrenmusik die geht mir jetzt auch schon echt auf den Sack das ist echt der Wahnsinn so ja komm 15 Sekunden noch aber wir haben noch 160 Gold und es schneit juhu das ist ja toll so ja echt ich hab einen Pokal gekriegt äh beziehungsweise hier das Vieh also gedingt ja oh schade das war jetzt nur ein äh ne das war jetzt glaube ich nur der zweite Platz also müssen wir da nochmal hin also los ähm ne bei welch dein fetten Arsch da hin so ähm springreiten also versuchen wir nochmal einen Hindernislauf da war ja da war das Vieh auch ganz gut drin und